Fächterchen Gucke wie ich mich elegant bewege. Danke Busfahrer. Wir springen jetzt gleich hier in die Stadt und schießen Drohnen runter. Ja, ja. Bringt alles nichts. Die Drohnen sind immer weg. Sonst sind das so viele. Aber das machen wahrscheinlich alle. Wir machen da runter, schießen die Drohnen ab, sammeln Zeugs und rennen dann ins Dorf hoch, oder? Und holen uns da die Birnen ab. Pflücken ein paar Birnen. Und machen Kompott. Aber neben mir Birnen, Alter. Überall, ja. Junge, es birnt in jeder Ecke. Rein! Die Waffe ran! Die Waffe ran! Ha, ha, ha. Ha, ha! Ha, ha, ha! Auch hier. Ha, bis 12 Fuß. Das ist ja auch richtig dumm. Kann ich das Paket auch hier hinfeuern? Oh, ich hab mich wieder ausgebaut, alter. Okay. Hier bei mir vorne wird geschossen, blei? Mhm. Eine Birne hab ich auch in Haufen geschossen. Okay. Okay. Blei, ich bräuchte mal hilfreich aus den Birnen bei mir andauernd. Komm mal. Oh, da will ich mich umbringen. Ach, hier ist er. Ich habe nämlich nicht mal das volle Leben, Junge. Hast du gewinn gerammelt. Oh, ich habe mich weggelettert hier. Mit so einer Wegglettergranate. Aber ich kann ja hier rutschen. Da ist er unter uns. Ja, ja. 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 Die ist weggehobt. Na ja, dann gucke ich erst mal nach Heilung. Nee. Weggehoben, Alter. Das ist ähnlich was sie können. Oh, hier kommt ein Auto gleich. Oh, ich habe keine Heilung. Oh, hier ist der Apfel. Sonst war es das. Gibt es die Generaldematen hier irgendwo? Doch, da vorne, wo dahin gehobt ist. Ja. Wollen wir da mal hingucken? Ja, wenn du eine Haltung brauchst, ja. Ja, dann komm mit. Ich brauche nämlich noch zwei Treffer und dann liege ich in der Ecke. Ach so. Auf was schießt du? Mit der letzte Drohne. Ja. Ihr muss sein Kumpel... Die scheiß Drohnen kümmern sich um seinen Kumpel. Ja, wo ist noch sein Kumpel? Ach doch. Ja, liegt doch. Ja, liegt doch. Ja, gut. Ein Forest. Oh ja, blei. Ich komme mit am See, Junge. Hier unten pulsiert das Leben. Ich komme. Och, du renne doch, du Klumpen. Oh, hier springt einer durchs Wasser. Oh, da hinten renne. Ich sehe sie. Oh, da ist auch geplatzt, Junge. Hier ist noch eine MP oder willst du lieber Sturmgewehr? Ne, ne, nimm nur. Danke. Sturmgewehr habe ich ja. Was hast du da für eins? Was hast du da für eins? Aber die MP ist so, dann nehme ich dir die kleine. Okay. Ey, da hinten ist noch einer. Geil. Oh, da ist noch einer hier auf der Brücke. Ja, zwei. 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 Okay. Schildpilze stehen noch hier rum. Ja. Hier voll ist wieder einer im Wasser. Ja, warte. Das war ihr Schildplei. Alles klar, genau. Ja. Und ne Sniper sogar. Geil. Danke für die prompte Lieferung. Boah, da ist meine Striker oder? Das ist so ein Arschloch. Nehme ist das, episch. Ach komm, ich packe ihn. Doch. Traurig. Oh, wir müssen in die Zone. Hier ist ein Moped. Vielleicht können wir ja noch mal zum Munitionshändler fahren, oder? Guck mal. Ist da noch frei? Ne. Das schafft man glaube ich nicht mehr. Wir können es versuchen. Wir müssen nicht. Ach ne, ich habe ja 53 Schuss. Ja. Und ich habe keinen Sniper. Oh, ok. Das wird geil. So. Oh, hier wird geschossen. Ja, ja. An der Werkstatt. Ja. An der Werkstatt. An der Werkstatt, da sind sie. Ja. Wen habe ich? Ich habe das Gefühl, das wird unsere Runde. Das wird unsere Runde, Player. Wollen wir mal hingucken. Boah, Alter. 100 Meter ohne Scope. Geil. Ich will gar nicht, wie das immer geht. Ich muss ein paar Inseln tappen, aber einmal frei. Ich spart doch Muni. Hat der irgendeine Sniper hier? Ne. Ich erinnere mich so eine Sniper. Oh, ja. Ey, da hat noch ein Kumpel. Hier liegt der Sniper. Ne, das wollte man doch. Oh. Da hat noch ein Kumpel. Oh. Alter. Weg ist er. Alter, ich habe schon wieder 10 Kills gemacht jetzt. Das ist geil. Mann. Mann, sorry. Weg ist wo gerade. Oh, hier oben wird noch Geschossenblei. Ja. Hier hinter der Dingshütte. Hinter der Wetterstation. Ja, ich komme. Oh, Mann. Oh, ich musste niesen. Ich konnte nicht mal leiser, weil ich ja auch steuern musste. Und gucken, wir drehen die Augen. Was ist denn jetzt? Ist hier keiner mehr oder was? Wenn die oben ein Fadenkreuz sind hier, die Zahl, das ist das, was du gekillt hast oder was? Ja, ja. Da habe ich schon 8er. Daneben stehen dann die Teams. Also, wo die, das... 18 ist gedacht, was zu sehen. Ich 8er. Nein. Ja. Punkt. Einzelfeuer, das ist... Da gibt es keinen Erbarmen, Junge. Der kann so oft hintereinander schießen, dass es... Bis es leer ist. Ja, dann gehen wir gleich auf den Berg. Zur Not haben wir dann nämlich noch unten ein paar Autos hier an dem Ding stehen. Ich glaube, das wird unsere Runde bleiben. Könnte werden. Das kann gut sein. Könnte werden. Wenn wir uns hier erstmal gut aus. Wenn wir uns nicht so dumm anstellen. Naja. Du weißt, wie es manchmal ist. Da kriegst du eine und das war's. Medizin dabei. Waffen haben wir gute. Munition mehr als genug. Also, es muss... Vielleicht noch ein Schildträger über den Haufen schießen. Mhm. Also, ich weiß nicht. Erik und ich, also mein Sohn und ich, haben heute mal gequatscht über den Pedalpass. Der aktuelle Pedalpass ist irgendwie... Da ist noch nur Müll drin. Muss man echt mal gucken, ob sich das lohnt dann. Obwohl, Erik meinte, es lohnt sich, weil du kriegst immer mehr V-Pucks wieder raus, als du reingesteckt hast. Also, ich glaube, der kostet dir 800 oder 900 V-Pucks und kriegst du... Oh ja, genau. Ja. 1.100, deswegen... Wär ich's wahrscheinlich holen. Ist halt der Müll dabei, aber... Ja. Ich will gehen... Ja, wie heißt's da? Fette... Griffin. Dieter Griffin will ich nicht sein. Und irgendein Scheiß-Diger will ich auch nicht sein. Aber... Naja. Ein paar coole Dussi sind dabei. Nein, ich bin runtergerutscht. Der Skorp ist halt nicht das Optimale. Mhm. Ich glaube, hier drüben auf dem Berg... Mensch, da drüben. Alter. Sind wir ein bisschen besser in der Zone. Da unten läuft immer. Zwei. Okay. Hat einer. Ist tot. Ist tot. Okay. Alter. Einmal angeschossen. Einmal bub. Naja, ich hab da... Du schießt runter. Ich auch. Ich ja auch. Du hast runtergeschossen und der zweite Schuss war's Ende. Da kommt noch einer. Wo? Ach, da unten. Da unten. Auch hier von... Hast du lieber auf den unten aufbleiben? Den hab ich doch hier schon wieder geschossen. Derzeit pusht uns da von unten. So ein Flötsinn. Hildmann. So. Von links kann nichts mehr kommen. Hier ist noch einer. Ich komme. Okay. Da ist aber noch hinten am Baum war der. Oder hast du den Schildmann? Okay. Ne, das war... Was hinten? Was war ein Schildmann? Am Baum? Ne. Unten am Baum war noch einer. Ja, der hat ein Schild gehabt für uns. Aber das ist der, der liegt dort geplatzt. Ja, ja. Den hab ich abgeschossen. Noch fünf. Okay. Sehr gut. Weil das darfst du nicht machen, Play. Wenn der niedergeschossen ist, kümmere dich um die Leute, die uns pushen wollen. Und ich schieß den tot, Alter. Der frisst ja erstmal kein Brot. Und derzeit sind die von unten ran und legen uns um. Warum? Ja, der hat wirklich einen Hulu. Der hat getroffen. Exakt. Ist nicht ganz so nahe, aber... Genau. Trink mal was. Oh, die Schildträger kommen, Alter. Wir müssen wieder hier auf unserem Berg hoch. Ja. Aber schnell, die kommen. Alle Waffen voll? Ja. Ja. Oh, die kommen von unten übers Wasser. Hier aus der Richtung müssen die kommen. Hm. Scheiße. Wir müssen hier auf dem nächsten... Da oben hin. Da hinten sind sie auf dem Berg. Ah, okay. Wir sind hier in der Zone, glaube ich. Nein, oder nicht. Die gehen ganz hoch. Okay. Wir müssen hier weiter rüber. Da drüben auf dem Berg müssen wir... Rutsch. Oh. Es ist snipen schon. Na ja. Hä? Hä? Das ist nicht mal die Zone hier. Hier hinterm Stein. Nein. Hallo, Rutsch. Wo? Ah. Ja. Das war ein Anhaltspunkt. Ja. Schön unter Druck setzen, die Hunde. Ja. Munition haben wir hier noch. Ja. Die waren gleich noch noch Zone gefickt. Oh, wir müssen aufpassen. unten. Ich komme hier unten. Hat einen Hit. Oh. Von rechts kriegen wir es auch. Vom Berg oben. Pass auf dich auf Blei. Mach keinen Mist. Ja, ich schieße die rechts weg. Nee, fliege. Also eine. Willst du mich verraschen? Mann, scheiße. Ach. Der ist doch hier schon. Da war schon einer hinter uns. Mit der Schrotflinte. Also noch ein anderer. Nee. Der Berg war kacke. Du hast nicht viel Deckung. Hm. Naja. Besser als alle anderen. Die mussten hier rankommen. Naja. Die von Weiden war nicht das Problem. Aber der hinter uns. Hm. Scheiße. Du kannst aber auch nicht davor. Dann treffen die anderen dich wieder. Das ist ja. Ja. Von.